Freie das Vogt. 280 Meter. Oh Gott, ich will nicht mit dem Pferdunerfeind. Obwohl so tief ist es nicht. Ich will gar nichts mehr hier. Ah, ich schwimme mir einfach rüber. Ich glaube, ich weiß welches Fort das ist. Ich glaube, da sind wir vorhin vorbei. Kann das sein? Oh, was ist das mit dem Katapult? Kann sein. Hat zumindest, glaube ich, auch Mauer. Ah, irgendwer sieht mich da oben. Ach, der trifft mich natürlich. Aua. Hund, lass mich. Okay, hier komme ich nicht rein. Verdammt. Vielleicht hier über das Katapult. Oder kommen die Leute raus? Nee. Ah, hier komme ich auch mal rein. Ach, da kommt ja schon jemand. Bin schneller. Ja, hinter dem Baum bin ich ja fast unsichtbar. Oh Gott, das ist so in der Hand. Nein, meine Geisterhaltung. Mann, die war schon so weit wieder. Oh Gott, das ist super. Oh Gott, das ist super. Das ist mal so weit weiter. Das ist so gut. Ja, ich denke. Oh Gott. Oh nein. Nein. Nee, nein, nein. Ich veräumt mich. Ich veräumt mich auch über meine Geisterhaltung. 信ite. Ach, Leute! Alter! Was geht mit euch? Irgendwie wieder hoch. Ah, jetzt. Geht doch. War das kein Einführer? Ach man, sah so aus. Ah ja, die Truhe. Wo willst du denn hin? Oh, ein Sashimono-Panner. Neh, noch mit. Lass die Falken los. Okay, Vögel muss ich auch wiederfinden. Kann ich hier irgendeinen Bären rauslassen, der dann für mich kämpft? Das wäre natürlich praktisch. Ich glaube, hier ist nichts. Ich bin hier. 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 Ach, dieser blöde Hund, Mann! Nice. Bäm. So. Was sind denn eure Vögel? Hm. Vielleicht weiter innen im Lager? Da drüben ist auf jeden Fall irgendwas. Oh, weg ist der. Ach, hier sind die Vögel. Oh. Ach komm. Boah. Noch ein Falke. Und hier ist der dritte. Oh, vier Sashimono-Banner gibt's. Okay, eins übersehen. Hm. Oh, hier gibt's aber ne Menge zu looten. Hm. Hm. Oh, hier gibt's aber ne Menge zu looten. Ach. Ah. Da, aber. Wegium Standardsintend. Hm. Ohw. Ja. Wer ist da? Ich bin's. Ich bin's. Vor den Kopf rennen. Der sieht mich gar nicht da oben. Was sind denn eure Sashimono-Banner? Tag! Ich bin's. Barbo, mach dich! Zip sie! Komm, du bist! Ah, wo sind denn die Sashimono-Banner? Ich glaube schon wieder längst eins finden müssen. Bäm, weg mit dir. Oh, hier ist eins. Ah, noch zwei weiter. Ich hoffe, ich habe ihn in den anderen Gebäuden, könnt ihr mal sehen. Boah, die Pfeile sind schon stark. Oh, mir fehlt nur noch ein Tod. Dann kann ich wieder die Geistkampf halt tun. Äh, ausrüsten, aktivieren. Ist hier oben zufällig nur einer. Ah, sehr gut. Nice. Jetzt können die Gegner kommen. Bin ready. Da oben ist auch noch einer. Dann droppst du noch irgendwas? Nö. Jetzt kanns losgehen. Bäm. Bäm. Komm her. Weg mit dir. Noch wer? Da drinnen. Bäm. Nice. Oh. Da drüben ist auch noch einer. Zack. Ah, das macht so Spaß. Leider rührt die Geistkampfhaltung nicht so lange. Komm mit. Ach ja, Rufverstärkung. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Tag. Ah, der hat so'n Helm an. Da wird wahrscheinlich nix. Ach, verdammt. Ne. Das wird nix. Ach, verdammt. Ne. Das wird nix. Zippelt der da. Nein, meine Kampfhaltung. Komm schon, der Fuß war doch schon in seinem Gesicht. Sondern auch ein Banner. Ich höre den Gegner mit einer perfekten Parade. Ach, verdammt. Das hätt wohl nicht stattgefunden. Wo ist denn das letzte Banner? Wahrscheinlich da drüben irgendwo. Ah, da hätt ich doch vielleicht eins in irgendeiner Hütte übersehen. Ah ja. Ah, hier war ich auch nicht drin. Die wären Willows. Ah, schade. Ich dachte, das wäre so ein Ford wohl noch ein Schlüsselkügel. Oder kommt das noch? Gebt mir einen Schlüssel. Vier Punkte. Was meinst du mit vier Punkten? Was schließt du jetzt hier oben? Jin. Hm. Schade, dann war das wohl doch kein Gehöft, weil ich einen Schlüssel bekomme. Schade. Aber immer ein Fragezeichen. Haben wir hier eigentlich irgendwas, was wir noch? Ne, nur ein Händler. Nichts zum Herstellen. Domenic muss in die Richtung. Hau rennen, halt weg. Schön, wenn es mal nicht regnet oder gewittert. Oh, ich glaube ein Fuchsbaum. Oder? Seht die schon? Ach, Bär. Lass mich in Ruhe. Na doch, ein Fuchsbaum. Yay. Noch ein Fuchs. Äh, Fuchs? Wo willst du lang? Tauch einfach eine Runde. Ich glaube, wir gehen einen ganz schönen Umweg. Hätten auch einfach über die Brücke gehen können. Hm. Drei Kilometer weiter. Ah ja, hier unten. Noch ein Schrein. Mal den Talisman der Stille. Hm. Ist der Fuchs noch da? Ne, weiter nicht. Und ein Fragezeichen. Zora, los, komm. Hallo, Pferd. Ach da. Ich habe langsam das Gefühl, dass man wieder im Bambustand kommen könnte. Los jetzt, Zora. Hä? Wo muss ich denn hin? Ne, jetzt ist doch Fragezeichen wieder weg. Okay. Cool. Dann... Warte, geht's zu Yuna. Und lieber über die Brücke. Oh, Legendenerzähler. Da liegt schon irgendwie irgendeine tote Leiche. Schön. Ich bin schon wie ein goldener Vogel, aber ich sehe absolut fast nichts mehr hier in dem Nebel. Ich glaube, ich bin dezent vom Weg abgekommen. Wollte Yuna nicht am Strand warten? Warum bin ich hier mitten im Wald? Wollte auch hier so ein bisschen Wasser. Ah. Wer stellt sich mir zuerst? Ja. 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 Da fliegt sein Schwert. Ach, verdammt, Mann. Was? Ist ja noch irgendwer hier. Oh, da drüben. Was ist mit dir? Zack Der Schilder auch einfach nur Ich will meinen Fall zurück Ich glaube, die haben hier nichts Besonderes, leider Außer ein paar Vorräte Wo ist denn Juna? 110 Ich stand da eben noch 50 Meter Ah, hier unten